Oh, wow! Das war eine Lärmung, ha? Sag mal, warum meinst du, du wirst gewinnen? Was ist so besonders an deiner Sache? Ich bin ein veganer Koch und schaue es, gegen Fleisch zu gewinnen. Faden, wie geht's? Warum denkst du, du bist so... Ich meine, du bist so besonders, aber was du für die Kinder machst, warum würdest du gewinnen? Ich war ein Kind und nicht ein Veganer, also ich weiß, was sie sind. Jetzt ist es Zeit zu essen, nicht wahr? Hallo, Kinder. In meinem Weltmeister kommt es zu essen. Die Kinder leben in dieser Fantasiewelt. Und in meinem Menü habe ich eigentlich versucht, eine Fantasiewelt wiederzugeben und die Kinder einfach in ihre Traumwelt eintauchen zu lassen. Wer mag es so gut? Was habt ihr gewonnen? Was habt ihr gewonnen? Was habt ihr gewonnen? Ah, ich sehe 1, 2, 3, 4 Likes und 1 Sir Sir. Smiley, face it. Das bedeutet, wir mag es! Wir alle mag es! Ich hoffe, dass sie ein bisschen Spaß haben. Und die Buben sind in der Backen der Trucke und sie werden auf dem Feuer explodieren. Vielleicht ist es ein bisschen ein Show für sie, ich hoffe. Wir machen es so gut. Oh! 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 Sie haben eine Colorful-Sushimaki-Playground. Die Jungs haben ein Auto drauf und die Mädchen haben eine Art Fee, Heroin, eine Heldin. Und sie dürfen das Spielzeug behalten. Wer schreibt die Regeln? Sie sind so-so, eine so-so, eine so-so, eine so-so, eine so-so. Ich bin so-so. Ich bin so-so. Ah, ich liebe es. Wir haben hier ein Lego. Wir werden die Lego-Blox als ein Boll und ein paar kleine Farm-Animale. Das wird interessant für die Kinder. Aber was ist das? Das ist Cookie Dough. Aber was ist das? Das ist Ice Cream. Was haben wir hier? Like? Not like? Not like? Like? So, so. So, so. Ich denke, es ist zu sehen, wie sie sind. Und wie einfach alles ist, für sie zu machen. Oder wenn sie etwas oder nicht. Es ist eine straighte line. Und das Verhältnis ist großartig. So, so. So, so. So. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. So. So, so. So, so. So. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. So. So, so. Untertitelung des ZDF, 2020